So und willkommen zurück zu Far Cry 2 So, ich hoffe, ich nehme jetzt gerade auf Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, ja Ja, ich würde sagen, ja Das hätte ich jetzt nicht den Leck gehabt Achso, da war ja das kaputte Auto Ähm, was ich repariert habe dann Oh, habe ich doch mein Auto hingestellt Ne, warte mal, hier vorne, ne? Genau Ach, guck mal Sieht doch viel schöner aus Dann wollen wir mal So, wir haben, ihr wisst ja, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht Die gute ist, wir haben ein blaues Ziel und die schlechte ist, wir haben ein rotes Ziel Weil ich lieber auf blau stehe, nehme ich lieber mal auf blau Okay, rot ist eigentlich ohne schlecht, aber rot ist tot Deswegen nehme ich lieber blau So, ich nehme jetzt gerade um 9 Uhr auf Ich habe auch nicht gerade wirklich lange gepennt Ich habe noch lange Fernsehen geguckt, oh, Faye, es fällt mir was ein Ich kenne jetzt mal richtig an Ich kenne jetzt mal richtig an krass leck was ist denn los ich muss aber rausfinden dass hier gelagert wird sonst kommen sie wieder was wird hier gelagert es gibt hier munition ich weiß nicht was hier gelagert werden soll nachladen ja was soll hier gelagert werden hier gibt es Lebensmittel hier gibt es alles bloß hier passiert nichts ich werde hier langsam ein bisschen aggro nur leben jetzt sind wir fertig Hier sollen wir uns treffen ich weiß schon was hier liegt da liegt irgendwo ne richtig geile war für Leute warte mal die Warte mal einen Moment ich ich breche mal kurz auf bis gleich so ich hoffe jetzt geht's wieder von dieser Handlung gehört es sind schon Special Forces im Land ich werde mich um sie kümmern müssen ich brauche einen der sie umleitet überzeugen sie deren Kontaktperson in der Villa neue Koordinaten durchzugeben alles klar so wie gesagt hier gibt's eine hier gibt's eine richtig coole Waffe dass man demonstrieren darf ein Granaten Launcher aber ihr merkt ja die ist ein bisschen durchrostet so merkt man auch dass es vom Feind ist die Waffe also vom Kumpel also irgendwo aufgehoben die Waffe wird wahrscheinlich irgendwann im Gefecht so wie letztes Mal mit der Sproul ausgeht hey warte mal ich muss es hier annehmen ich muss es hier annehmen Sie landen in Mokuba finden Sie die Belgie in der Villa er hat Kontakt zu den Special Forces alles klar wo ist denn die jetzt muss ich lang fahren ok wo ist denn die jetzt wo ist denn die jetzt muss ich lang fahren ok ok oder da fahren wir noch ein GPS also da ja bei dunkel oder ist es schon dunkel dann werde ich mal gleich im dunkel an wie ein Tiger hier hier sind es ja schon wieder welche tut mir leid die spawnen also immer wieder so ich hoffe es hat für euch geschmeckt ja super ja da ist der krank haha ist der krank oder krank ich wollte ja mich ehrlich überfahren mal gucken was hier ist das frage ich mich jetzt grad nix ich kann ja so fassen oh ja ich kann ja Don't. war das nicht gerade eben grün? Ich feuer, ich habe eine Schaffung für Waffe, also traut euch nicht daran, also aufpassen. Untertitelung. BR 2018 So, schnell hier, Ringspritze rein, zack, und weiter geht's. Liegt wirklich Besonderes. So, ich kann dich noch schnell verarzen. Noch richtig verarzen, so. So, okay. Use again. No. Oh, dankeschön für den Waffelkumpel, aber irgendwie ist da was fehl. Jetzt geht's erst nicht viel zum Lopper. Oh, mach. Oh, mach. Oh, mach. Oh, mach. Okay. Okay. Ich fandest Öl Die Barackenstadt ist der perfekte Ort für unseren Angriff. Gut. Jetzt weiß ich wo der ist. Warte, ist denn gerade ein AK? Ja, irgendwo. Nichts passiert. Ja, wo ist denn der andere? Würde mal gerne hin, würde mal hallo sagen. Ich mache auch nichts Böses, verspreche ich. Ich habe keine Ahnung, wo es hoch geht. Jetzt ist er weg. Ist das beschiss, aber egal. Ich habe die Diamanten. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich suche ja. Das ist ja auch.